hallo liebe leute heute sind wir wieder in guild wars 2 unterwegs mit der bina und dem robbie hallo und der sascha es geht sascha ist afk fannkuchen essen ja und bina ist jetzt schon seit ein paar tagen 80 oder seit wann seit gestern vorgestern seit vorgestern und krieg coma hat es auch heute geschafft sie ist jetzt eine schnitterin obwohl ich da ein bisschen geschockt war weil die nahkämpfer ist das ist ja nicht unbedingt das was ich sein wollte aber naja schauen wir mal vielleicht gewöhne ich mir dran was willst du eigentlich bina als spezialfertigkeit droide droide krass ja sozusagen droidin und kannst du dann heilen oder was oder ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ich kann jetzt stäbe benutzen ja kannst du das richtig ja und noch irgendwas aber ich hab da also ich hab jetzt schon drei sachen gespielt aber ich hab noch keine ahnung was ich mit denen machen ich habe ich da noch gar nicht so richtig beschäftigt ehrlich gesagt ja ich hatte mich vorhin mal ein bisschen damit beschäftigt und bin gleich voll aggro geworden mini ich spiele einfach scheiße auf irgendwelche stats oder sonst irgendwas vielleicht irgendwann wenn ich wenn ich langsam durchblicklich aber wir haben konnten jetzt wollen wir mal zu den events gehen da willst du auch zum mut mir kommen ja sofort da sind doch irgendwelche schwerter ach die sind ganz weit weg da hinten gruppen event erobert die lager ach das ist ein ganz normales mut mir also hier steht ein apfel rum das muss ja irgendwas bedeuten ja es gibt obst obst händlerin ach du scheiße sag bloß es geht jetzt nicht mehr der wegpunkt mut mir war hat ja der eine wegpunkt ist umkämpft ich habe in harati hinterland habe ich mich das dauert aber nicht so lange dahin zu laufen ja ich bin jetzt schon total heiß ich frage mich wirklich warum bin ich denn herum stehen da muss doch auch irgendwas passieren war doch hier schon ja ich meine auch dass du da schon mal war ja aber nicht mit dem hier ach so na super warte mal so rum die schnitterin schwingt so langsam mit dem schwert dass ich es nicht mal schafft dass sie einmal anzuhitten bevor es die anderen glatt gemacht haben der nächste bitte der nächste äh du sollst in deinem eigenen blut ersaufen soll ich dir ausrichten ok ja hab ich auch gelesen und er bricht uns alle knochen und niemand wird ihn aufhalten ok wer sagt das der der modem hier und gut ja weiter mich jetzt und schaff ich hab ich hab einmal drauf gehauen jawoll sogar die so schon da nee ja der steht schon hier rum aber event ging noch nicht los aber ich gehe den mal besuchen da oben ja mach mal nah aufnahme ich komm mit ich guck mir den auch mal von nahem an ruhe vor dem sturm wo bist du ach da hinten du bist von der anderen zeit hin ja wir umzingeln ihn ach jetzt kommen hier so ja schon den muss ich auch schnell platt machen oh der hat mich umkauen stimmt das machen die zentaurinnen immer das nervvoll mein blut ehrt die erde mein blut ehrt die erde servus na wie geht's was ist denn Robby macht der nicht mit nee der macht gerade seine quest warte mal wie war das nochmal string alt h nein doch nicht string heißt Steuerung string ist im Arsch string ich nenne das schon mein ganzes Leben String das heißt schon dein ganzes Leben lang Steuerung Steuerung ist viel zu lang richtig wie war denn das nochmal mit v oder was was willst du denn machen ich will die die das interface ausblenden er zitterte menschen ach so war das ah genau so was ist los guck mal jetzt ist er boah jetzt muss er extra guck guck wie der sitzt wie cool guck mal kann ich mich vielleicht der sieht aus wie die Raffi wenn der sitzt warte mal so dann stehe ich direkt jetzt stehen meine Viecher im Weg ich will auch mit auf dem Bild sein ja komm ich bin die Fotobombe du bist doppelt da hinten weil du in dem Teil da drin stehst okay warte so ja so ist gut nein nein geh mal auf die andere Seite rüber bitte weil auf der auf der rechten Seite ist am Thumbnail immer äh Zeug ein bisschen weiter zurück bitte zurück zurück jetzt bist du ja so 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 ist perfekt perfekt jawohl sehr schön Fotoshooting das ist ja geil das sind ging dann nochmal vorher oh ja das ist wie bei so Stars weißt du kannst vorher nochmal schnell Autogrammstunde machen oh es geht gleich los ja ja eben ja weil der hat gerade gesagt irgendwie ja bringt sie alle um ja bis der da oben runterkommt es dauert noch einen Moment Sabrina kannst du mal auf der Karte gucken und mich lotsen du musst nur die ganze Zeit diesem Weg folgen der Weg bringt dich genau dahin gut das wird mir Spaß machen boah Mörder Felsenhund Angre natürlich können wir dich besiegen warum sagen Böse immer Menschlein Menschlein lecker Menschlein ja das sagen auch die Harpien bei Ronja Räubertochter genau davon habe ich das wo bist du Menschlein die Hübchen ja oder auch die kleinen Viecher warum tut sie so ja sie sind auch cool die Rumpelwichte genau ach das ist eine wirklich wirklich schöne schöner Film ist das ja ich mag den auch gerne und die Musik ist cool ich habe mal den Soundtrack aber irgendwie beim Umziehen verloren gegangen aber ich muss zugeben das erste Mal wo ich den Film gesehen habe keine Ahnung wie alt ich da war da habe ich danach mega Schiss gehabt echt auch während dem Film halt irgendwie war der gruselig für mich damals stirb bin ich noch richtig Sabrina ja ist gleich da ja ach jetzt jetzt kommt jemand das Tor müssen wir platt machen bäms da ist sie und jetzt aber bis der Typ runterkommt dauert noch einen Moment Hauptmann Edwards das müsste auch Hauptfrau heißen Menschenskinder wie ist das eigentlich beim Militär gibt es auch eine Hauptfrau ich war nie beim Militär keine Ahnung oh wie sie wieder hier episch rumlabern du schaffst es Sascha ah ah jetzt kommen die Champions bam 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 äh ich muss erstmal hier als Nahkämpfer muss ich erstmal klarkommen weil in dem Gewusel sieht man sich selber nimmer deshalb mache ich sowas nicht ja eigentlich wollte ich das auch nicht machen aber jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig da ist er ja ich bin erstaunlich stirb du Bestie boah der hat so viele Zustände auf sich drauf so ist da noch irgendwo einer ne jetzt labert er erstmal jetzt kommt das Fisch aus der Erde wow alter jetzt hat es mich erstmal weggepasht ich war mitten drauf gestanden boah er hat Elementarhand ich sehe nix ich sehe nix worauf ihr schießt das baut sich hier gerade überhaupt nicht auf irgendwie äh ey wo ich hab den ganzen Tag schon so Schwierigkeiten ah Hilfe ich was ist denn hier los ich sehe nix mehr ja ist ist schon kaputt er kommt jetzt runtergeritten links links okay dann auf ihn mit Gebrüll na toll der hat mich erstmal umgepasht der ist ja schon fast tot wow ich sehe nix boah alter ja der kriegt auf die Mütze äh äh ich sehe keine Ahnung ich weiß gar nicht wo der steht hat doch jetzt sehe ich leichte Umrisse in einem feuerlicht gleißenden Schweif gleich ist er down bah oh man wo ist die Kiste anscheinend nirgendwo Doch, doch. Weil die alle ratlos rumstehen. Hä, wo ist die Kiste? Ja, weil der Typ selber droppt auch was. Du kannst entweder ihn looten oder es steht dann halt die Kiste da. Also ich konnte, glaube ich, ihn looten, aber eine Kiste sehe ich nicht weiter. Wie steht hier? Eventbelohnung? Wo? Wo ist die Kiste? Ich sehe keine. Ja, ich komme mit. Hier bei mir, ich springe, ich springe. Achso. Da ist nichts. Na toll. Ich habe nichts bekommen. Hä? Ach doch, jetzt hat. Die hat sich bloß nicht aufgebaut. Ich habe einfach F gedrückt und habe das Zeug bekommen. Ah, okay. Ja, dann sage ich mal, das war es auch heute schon wieder. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.